Geh auf der anderen Seite. Ich kann losgehen. Pugnate. Pugnate. Sich in die Brust, nur Polos. Kommt wieder ran. Und Pugnate. Das war hier. Okay. Ihr legt los, wenn ich Pugnate sage, okay? Wenn es Starte kommt, hört doch auf. Bereit? Pugnate. Okay. Nicht über den Rücken. Nein. Du triffst nichts. Du hast ein Handgelenk an den Kinn. Da ist ein Schild auf der Seite. Du bist nicht an den Kinn vorbeigekommen. Okay. Dann Pugnate. Hey. Pugnate. Pugnate. Ne, wir sind aufgekommen. Nur so blieb. Pugnate. Starte. Stich in die Achse. Und Schnitt über den... Und Pugnate. Stich in die Achse. Du denkst mal so eine Beine und die Abbrust. Stich in die Achse. Starte. Du warst bei einer Achse hoch. Dann war es nichts. Pugnate. Startig, dann knapp in die Brust, dann sind wir bei 5,4 oder so, ich glaube bei 5,4 für mich rechts im Sinne. So, komm Maus, meine Kraft, muss noch ein bisschen.